Berber sind eine Ethnie der nordafrikanischen Länder Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen und Mauretanien. Außerdem leben Berber im östlichen Mali, nördlichen Niger und in der ägyptischen Oase Siva. Es gibt etwa 36 Millionen Berber, die Berbersprachen sprechen. Andere Berber haben ihre Muttersprache im Lauf der Jahrhunderte verloren und sprechen nun magreb-arabische Dialekte, Name und Herkunft. Der Name Berber stammt letztlich vom griechischen Wort Barbaros ab, möglicherweise vermittelt durch das Lateinische oder Arabische. Heute bezeichnen sich einige Berber, insbesondere in Marokko, als im Messiaien-Freie, um sich in einer eigenen, in ihrer Muttersprache Gefasten-Volksgruppen-Bezeichnung wiederzufinden. Üblicherweise benutzen die Berbervölker aber die Namen der einzelnen Volksstämme. Über die Herkunft der Berber oder im Messiaen ist kaum etwas bekannt. Geschichte Zeugnisse über die Berber waren schon im alten Ägypten sowie in griechischen und römischen Quellen bekannt. Bereits auf saharanischer Felsenkunst sind frühe Einwohner der Gegend zu finden. Als ihre Vorgänger gelten die Numider, Garamanten und Libyr. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot erwähnte sie in seinen Historien. Berbervölker wurden zuerst in Schriften der Ägypter während der Prädynastik genannt. Während des Neuen Reiches kämpften die Ägypter an der Westgrenze gegen die Meshwesh und die Libu. Etwa ab 945 v. C.H.R. wurden die Ägypter durch das Berbervolk der Meshwesh beherrscht, welche die 22. Dynastie unter Cheonghi begründeten. Mit ihr begann eine lange Zeit der Berberherrschaft in Ägypten, in der die Berber die Hauptbevölkerung in der westlichen Wüste stellten. Noch die byzantinischen Chronisten beschwerten sich oft über die Emesan, die dort die abseitsgelegenen Klöster überfielen. Viele Jahrhunderte lang bewohnten die Berber die Küste Nordafrikas von Ägypten bis zum Atlantischen Ozean. Währenddessen erlebten die Küstenregionen Nordafrikas eine lange Reihe von Eroberern, Siedlern und Kolonisatoren. Der Phönizier, die Katago gründeten Griechen, Römer, Vandalen, Alanen, Byzantiner. Die meisten dieser Invasoren prägten die heutigen Berber. Einflüsse aus dem Sudan, aus Schwarzafrika und Ostafrika prägten ebenfalls die Berber. Die Phönizier drangen gemäß ihrer Seehandelskultur niemals über die Hafenstädte der Küste hinaus in das Landesinnere vor. Nur in römischer Zeit waren numidische und mauretanische Provinzen vollständig in das römische Reich eingegliedert, wodurch dort wohnende Berber das römische Bürgerrecht erhielten. Nach 429 eroberten etwa 80.000 germanische Vandalen und Alanen Nordafrika und gründeten ein von Rom unabhängiges Reich mit Katago als Hauptstadt. Die germanischen Familien vermischten sich mit der einheimischen Bevölkerung, bis nach der Vernichtung des Vandalenreiches durch Belisar die meisten überlebenden Vandalen außer Landes gebracht wurden. Bereits vor der Eroberung Nordafrikas durch die Araber gliederten sich die Berbervölker in drei Großgruppen. Die Luwata im östlichen Maghreb in den Gebieten von Tripolitanien, der Kyreneika, dem Charit und dem Auresgebirge. Zu ihnen gehörten die Hawere, die Aurei, die Naftzawa und die Aureba. Den Hawere, die die größte Gruppe bildeten, gehörten wiederum verschiedene Untergruppen an. Eine von ihnen waren die Misrata in Tripolitanien, nach denen die heutige Stadt Misrata benannt ist. Die Sanhaischer im zentralen und westlichen Maghreb. Zu ihnen gehörten die Kutama in der kleinen Kabilai, die Zawawa in der großen Kabilai, die Gumara im RIF-Gebirge. Die Masmouda an der Atlantikküste Marokkos, die Jasula im Hohen Atlas und die Lemta in Südmarokko. Die Zanata, die die algerische Küste zwischen der Kabilai und Chilif besiedelten. Aber auch an verschiedenen anderen Orten zwischen Tripolitanien und dem westlichen Maghreb lebten. Die Islamisierung der Berber begann in den 660er Jahren mit den militärischen Operationen des mechanischen Herführers Uqba Ibn Nafi in Tripolitanien. Den nach Westen vordringenden Arabern traten aber während der zweiten Fitna berberische Stämme aus dem Gebiet Nordost-Algeriens unter Führung einer Frau entgegen, die in der muslimischen Geschichtsschreibung als die Kahina bekannt geworden ist. Um das Jahr 698 unterstützten allerdings andere berberische Stämme den arabischen Feldherrn Hassan Ibn Numan bei der Vertreibung der Byzantiner aus Katago und den anderen Küstenfestungen Nordafrikas. Die Kahina fiel im Kampf. Berber spielten nun selbst eine führende Rolle in der islamischen Expansionbewegung. Tariq Ibn Ziad, ein Berber, den der arabische Feldherr Mosai Ibn Nusr Anfang des 8. Jahrhunderts zum Gouverneur der neu eroberten Stadt Tinglisch ernannt hatte, setzte im Frühjahr 711 in einer eigenmächtigen Aktion mit einer Armee von 7000 ausschließlich berberischen Kämpfern nach Europa über und leitete, damit die islamische Eroberung der eberischen Halbinsel ein. In der Folgezeit fanden die Lehren der sufritischen Scharij Aiten starken Zuspruch bei den Berbern. Um 739 gingen Berberstämme mit sufritischer Ausrichtung in der Region um Tanger unter ihrem Kalifen Maisara zum offenen Aufstand gegen die umijadische Herrschaft über. Sie nahmen Tanger ein und konnten in den folgenden drei Jahren ihre Rebellion in Richtung Osten bis nach Kairuan ausweiten. Weiteres ufritische Führer aus dem Sen und Beja schlossen sich mit ihren Berberstämmen dem Aufstand an, der 741 eine umijadische Armee in die Flucht schlug. Erst in der zweiten Hälfte der 740er Jahre gelang es Abed Arameni Be'in Habib, einem in Ifrikia zu dieser Zeit unabhängig herrschenden Gouverneur der Umijaden, den Ansturm des ufritischen Berberstämme zu brechen. Führer des ufritischen Scharit Aiten gründeten 757 im Südosten des heutigen Staates Marokko die Stadt Saichel Massa und errichteten dort ein eigenes Imamat, das über zwei Jahrhunderte in der Hand der berberischen Familie der Midrariden blieb, die die erste berberische Dynastie im islamischen Nordafrika bildete. In anderen Gebieten unterstützten Berber die Herrschaftsansprüche echter oder angeblicher Prophetennachkommen. Im westlichen Maghreb riefen 789 Berberstämme den Hassaniden Idris Ibn Abdallah zum Imam aus. Ende des 9. Jahrhunderts gelang es dem ismailitischen Dair Abu Abdallah Aschi'i, die in der kleinen Kabilai lebenden Kudammer Berber für seine Lehre zu gewinnen. Sie wurden zur Hausmacht der Fatimiden, die im frühen 10. Jahrhundert das westliche Libyen, Tunesien, Ost-Algerien und Sizilien eroberten, um die Macht des Ibaditen-Führers Abu Yadzid Mahladi Benkaide zu brechen, der die Unterstützung der berberischen Hauwara genoss. Banden die Fatimiden ein zweites Berbervolk in ihre Machtstrukturen ein, die Sanhaja des zentralen Algerien, deren Fürst Ciri sich eng an die Fatimiden anschloss. Als 973 der fatimidische Kalif Al-Muizz Kairo zu seiner Residenz machte, folgten zahlreiche Kudammer Berber ihrem Herrn nach Ägypten und überließen die Hegemonie über den Maghreb, den Sanhaja. Als fatimidische Vizekönige zogen die Berberfürsten aus dem Clan der Ciri'den in die verlassenen Paläste der Fatimiden bei Kairoan ein. Um die Mitte des 11. Jahrhunderts trat Ibn Yassin, ein Angehöriger der Sanhaja aus dem SOS-Tal, der die Wallfahrt nach Mekka unternommen hatte, bei den nur oberflächlich islamisierten nomadisierenden Berberstämmen der Westsahara als Missionar auf. Ibn Yassin predigte bei ihnen einen strengen puritanischen Islam, der auf die Rechtsschule des Maliki Ibn Anas gestützt war, und formte aus ihren Reihen den Kampfverband der Muhrer Beton. Ziel seiner militärischen Islamisierungskampagnen waren nicht nur die nicht-islamischen, sondern auch die nur oberflächlich islamisierten bzw. heterodoxen Berber, insbesondere die Bargawater in der marokkanischen Küstennebene südlich von Rabat, bei denen ein Berberischäer Prophet mit einem neuen Koran in Berberischäer-Sprache aufgetreten war. Im Kampf gegen sie fand Ibn Yassin 1059 den Tod. Ein Nachfolger konnte den Staat der Al-Morawiden rasch nach Norden ausdehnen und 1070 die Stadt Marrakesch zum neuen städtischen Zentrum des westlichen Maghreb machen. Unter Yusuf Ibn Tashfin, der neben Nordwestafrika auch fast ganz Andalusien unter seiner Herrschaft vereinigen konnte, erhielt der berberische Al-Morawiden-Staat imperiale Dimension. Im frühen 12. Jahrhundert durchzog der junge berberische Gelehrte Ibn Tumat nach Studien in Cordoba, Mekka und dem Irak als Bußprediger den Maghreb. 1121 zog er sich in seine Heimat, den Anti-Atlas, zurück, wo er sich von seinen Anhängern als der Mahdi und unfehlbare Imam proklamieren ließ. Im Zentrum der Lehre Ibn Tumats stand das Dogma von der absoluten Einzigkeit Gottes. Seine Anhänger nannten sich deshalb Einzigkeitsbekenner und setzten sich von der sunnitischen Lehre ab. Zwar scheiterte 1130 ein Angriff der Al-Mohaden auf Marrakesch, bei dem Ibn Tumat auch starb, doch gelang es seinem Nachfolger Abid Al-Mumien, die Al-Morawiden zu stürzen und eine neue Berber-Dynastie zu gründen, deren Herrschaftsgebiet ganz Andalusien und Nordwestafrika umfasste. Anfang des 13. Jahrhunderts lösten sich nacheinander verschiedene Territorien vom Al-Mohaden-Reich. In mehreren von ihnen kamen wiederum berberische Dynastien ZM-Zuge, in Tunis die Hafseiten, in Tilmsen die Abdal-Wadiden und in Zentralmarokko die Meriniden. Heutige Verbreitung Berber sind vor allem im heutigen Marokko und Algerien anzutreffen, für einzelte Gruppen auch in Tunesien und südlich davon in der Sahara. Ihre heutigen Bevölkerungszahlen sind schwer zu bestimmen, da durch die Vermischung mit der arabischen Bevölkerung und die Arabisierungsmaßnahmen der postkolonialen Zeitkultur und Sprache der Berber zurückgedrängt wurden. Zahlreiche Berberstämme sprechen heute Arabisch. Der Anteil der Berber in Algerien beträgt 20 bis 30 Prozent und etwa 70 Prozent in Marokko. Sprache Hauptartikel Berber Sprachen Ein Teil der Bevölkerung Algeriens, Marokkos und Tunesiens ist Berberischäherkunft, aber seit dem 7. Jahrhundert während der arabisch-islamischen Expansion zunehmend arabisiert worden, so dass heute nur noch kleinere Teile der Bevölkerung dieser Länder die Berber-Sprache sprechen. Berber gibt es auch in Libyen, Mauretanien, Ägypten und einigen westafrikanischen Staaten, vor allem in Burkina Faso, Niger, Tschad und Mali, wo allerdings keine Berber-Sprache mehr gesprochen wird. Marokkos Berber-Dialekte teilen sich in drei Sprachregionen ein. Tarifit-Rifisch im Norden und Nordosten des Riefgebirges, Temesait-Masirisch im Mittelatlas sowie Taschel-Hitschel im Hohen und Anti-Atlas. Temesait bezeichnet auch die Berber-Sprache allgemein und fungiert als Standard-Dialekt. Berber werden MSI genannt. Für die überwiegend gesprochene Sprache wurde ein Alphabet entwickelt, das Tifinak genannt wird. Algeriens Berber teilen sich in vier Dialektfamilien ein. Etwa zwei Drittel der algerischen Berber leben in der kabülischen Region und sprechen den lokalen Dialekt Tagbelit. Eine kleine Gruppe spricht Tscheuias im Auresgebirge bis in den Osten des Landes. Vereinzelte, geringe Zahlen von Berbern sprechen MZ Abewagla im Süden des Landes, sowie Tuareg unter den Tuareg-Nomaden in der Sahara. Kultur Auf ein altes Mutterrecht könnte die leichtere Scheidungsmöglichkeit der Frauen zurückzuführen sein. Frauen besitzen teilweise mehr Entscheidungsbefugnisse als in arabischen Gesellschaften. Im Zuge einer verstärkten Hinwendung zu einem orthodoxen Islam sind im Laufe des 20. Jahrhunderts bestimmten Gruppen von Frauen zuvor zugestandene Freiheiten verschwunden. Dazu gehörten zum Beispiel in Südalgerien unverheiratete Frauen, die den erotischen Vergnügungstanz zu Ladnail aufgeführt haben. Andere, weniger anzügliche Tänze wie der Fruchtbarkeitstanz Abdaui im Osten Algeriens dürfen dagegen noch von Frauen aufgeführt werden. Gastfreundschaft ist in der Kultur tief verankert. Mit Ausnahme der Tuareg sind die Berber sisshaft. Das berberische Nomadenvolk der Tuareg hat eine eigene aus dem altlybischen bzw. phönizischen Alphabet entwickelte Schrift das Tifinak. Sie besaßen einen eigenen Kalender, der fast in Vergessenheit geraten ist. Die Zeitrechnung begann im Jahr 950 v. chr. Dieses Datum entspricht der Besteigung des ägyptischen Throns durch einen Berberkönig, Cheonki, einen Libyr. Dieser gründete die Dynastie der Bubastiden, benannt nach ihrer Hauptstadt Bubastise im Nil-Delta. Die heutigen Berber sind stark von der Kultur früher Invasoren geprägt. Die Berbergruppen, die ihre Sprache und Tradition am besten bewahrt haben, im Besonderen die Kabülen in der Kabilei in Nordalgerien, die Schlö und Rief-Kabülen in Marokko waren im Allgemeinen am wenigsten fremder Herrschaft ausgesetzt. Die Überprägung durch fremde Religionen hinderte die Berber nicht an ihrem animistischen Glauben an Naturkräfte festzuhalten. Vor der Islamisierung hatten manche den Jüdischen und später um ihre Abneigung gegen die römische Vorherrschaft zu demonstrieren, den christlichen Glauben angenommen. Auch nach dem Übertritt zum Islam behielten sie Elemente einer alten ethnischen Religion bei, wie Mitten, Märchen, Feldkult, die Verehrung von Wassergräben und der Geisterglaube zeigen. Tätowierungen unter Berber Frauen waren traditionelle blaugrüne Tätowierungen im Gesicht an den Unterarm, den Handgelenken und den Waden kulturell verankert. Die Tätowierungen bestanden aus spirituellen Schriftzeichen, entlehnten Symbolen und Ornamenten, Die auf Verzierungen von Häusern und Alltagsgegenständen vorkommenden Muster sind Ausdruck von Verbundenheit mit Natur und Kosmos und symbolisieren Fruchtbarkeit und Schutz. Zwischen den einzelnen Volksstämmen variierten die Ornamente. Inspiriert sind die meist symmetrischen Linien und Kreuze durch Tiere, Natur und Himmelskörper wie Espen, Eschen, Feigenbäume, Palmen, Mond, Sterne, Schlangen, Krebse, Skorpione, Schmetterlinge und Fische. Die zu stechenden Muster wurden zunächst vorgezeichnet und anschließend mit einer Nadel in die Haut gestochen. Die blaue Farbe wurde aus der Indigo-Pflanze gewonnen. Alternativ wurde Russ- oder Holzkohle verwendet. Die gestochenen Stellen wurden anschließend mit einer Pflanze eingerieben, die einen grünen Farbstoff beinhaltet. Bedingt unter anderem durch den Zuzug der Berber in die Städte und dem damit einhergehenden Einfluss der arabischen und westlichen Kultur wird die Tradition seit dem späten 20. und frühen 21. Jahrhundert kaum noch durchgeführt. Während die arabischstämmige oder arabisch geprägte Bevölkerung des nördlichen Maghreb fein bearbeiteten Goldschmuck bevorzugte, blieb den in früheren Zeiten geldlos lebenden Berbern oft massiver Silberschmuck vorbehalten, der den oft nomadisch oder halt nomadisch lebenden Familien sowohl als unheilabwährend galt als auch in Nordzeiten als Kapitalreserve diente. Dieser Familienschmuck wird verstärkt seit der Mitte des 20. Jahrhunderts von Antiquitätenhändlern aufgekauft. Einige wenige Stücke sind auch in den völkerkundlichen Museen der jeweiligen Länder zu sehen. Siehe auch, Berberarchitektur, Berbermusik, Berberteppich, Motser bieten strenggläubige Religionsgemeinschaft in der algerischen Sahara, sie wie Berbersprache in Ägypten. Siehe, Berberteppich, Motser bieten sie. Siehe auch, Berberteppich, Motser bieten sie. Siehe auch, Berberteppich, Motser bieten sie.